Können Sie bitte die Polizei rufen? Ihre Alte dreht durch! Scheißegal, Junge! Sir, Ihre Alte dreht durch! Du wirst mitzählen, hast du verstanden? Ich geb' ihr die Million, wenn sie die umrotz zählen! Ah! Wieso sterbe ich nicht? Hab ich Metallplatten im Kopf, oder was? Wir fangen zuerst bei deiner Nase an. Na, wir gehen langsam runter. Also, ich werde mich... Ich muss die Weasel News Nachricht veröffentlichen. Ah, Jubi, die im Dauerfunk ist. Du wirst veröffentlichen die... Ah, es ist so weh! Du sollst zählen, hörst du schlecht! Und du sollst seit einem Jahr meinen Schwanz lutschen, hörst du schlecht! Ah! Oh Mann, oh Mann, ich kann nicht hengucken! Oh Gott! Ah! Fusco, Alter! Bitte! Junge, Fusco, Alter! Vorsichtig! Junge, wo sind wir? Oh mein Gott, oh mein Gott! Ich fucke dich! Oh mein Gott, ich komm weiter. Oh, die Müllabfuhr holt dein Müll. Hey, hey, howdy Partner, was geht ab, ey? Einmal den Müll holen, genau. Wenn ich da wieder wie beim letzten Mal Kondome finde, dann muss ich das. Ey, das ist ja voll geil. Alter, jetzt kommt einfach Leute Müllabfuhr bei mir zu Hause. Das ist ja mega nice. Alter, ich bin grad richtig geflasht. Du siehst sogar aus wie ein Müllmann. Ey, das stinkt aber diesmal heute richtig schön. Das ist ja richtig geil. Früh Teufel. Könnt ihr jetzt jeden Tag vorbeikommen? Ey, das ist mega. Ey, was geht's? Ist das jetzt dein Ernst oder was? Doch, Manu. Ich wollte doch einfach nur... Ich wollte doch einfach nur... Ich wollte doch einfach nur... JJ. Oh Gott, der kann nicht so ausgehen, ich will schon wieder ein Tier. Mach ihn weg jetzt, mach ihn weg jetzt. Komm, 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 den jagen wir, den jagen wir ja. Der eine Dexler. Gleit einfach aus dem Karin raus. Komm, 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 genau, 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 Pillbox, genau, Pillbox, genau, Pillbox, ich lage den alleine. Wo seid ihr, wo seid ihr? Komm, Pillbox, Pillbox, Pillbox. Ammonation Puff jetzt wieder weg. Richtung PD, LSPD jetzt hier. LSPD, der will abhauen. Der hat nicht mehr viel, Mann. Komm, 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 der muss aber platzen jetzt hier. Der will abhauen, der kommt nicht weit. Komm, 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 der kann nicht raus, der kann nicht raus. Mach den weg. Okay, 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 genau schicken, genau schicken vom LSPD. Mach den weg, mach den weg, mach den weg. Army ballert mit, Army ballert mit. Okay, mach alles weg, mach alles weg, mach alles weg. Okay, wir sind auf PD. Oh mein Gott. Microphone muted. Fuck, ich war zu greedy, Mann, ich war zu greedy. Oh mein Gott. Nein, ich wurde noch geholt, Mann. Sollte die V-Milk doch mitnehmen. Was soll das denn jetzt? Das ist ein Gerücht sei, was wir sagen. Aber es ist ja eine Tatsache gewesen, ne? Ist mir egal, jetzt muss ich in den Knast wegen euch kleinen Wichsern. Hast du na... Aua, ey! Oha, was mit dem? Ach, Digge, ey. Was mit dem? Na, was ist denn hier los, sag mal. Äh. Kommt rein. Was ist denn hier los? Da ist, 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 hinten hinten hinten. oh mein gott bleibt drin ich sag schon mal dankeschön im namen, weil wir hingen erst am anderen und jetzt am nebentur, war schon sehr wie Sandhölz sauber, bist du dein kollegen, ich mach das hier, ich leiste unterstürze ja was denn, ich guck dir nur, dass du das richtig machst hier hat jemand einen verband, ey, können sie bitte fahr doch auf den Teppich, was du reparierst da ok boxy, bitte entfernen sie sich ist zu wissen sie, ich mach das lieber selber, wissen sie, ich mach das lieber selber genau, setzt sich einfach hin, perfekt ihr braucht diese große Fresse, ich bin ihr euch die ganze Zeit versteckt ja deine, wie viele, ja deine waren ja, deine Augenbrauen versteckten sich, weil sie zusammengebacken sind ja, aber ihr habt euch das so falsch, Leute hä, war das so falsch, Digga wer macht sich falsch ey ist meine, ist meine Freundin bei dir ist meine Freundin bei dir ist meine Freundin bei dir ja, ok, da sagt ja der dumme Hugen-Mutter, dass sie schluss mache, du kleine Fotzensohn das ist doch was, Mati das ist doch was, Mati das ist keine Mutter, du undekörper ey, Jungs ja, daran sieht man die Larkose an Ostkraut, gell wir haben die Schaltung wir haben die Schöne hier, ja,ja damit die Schöne wir haben die blut du bist ich bin ich sicher ich habe meine Augen zu ich kann es natürlich was ich habe meine Augen zu ich kann nicht sehen, ob du deine O-Mutter anhast okay ich glaube ich habe es jetzt an nee du hast es aus du hast doch deine augen zu ich habe die ganz kurz ich habe kurz geblieben aber bei mir sind die an bei mir habe ich mein oberteil an nee hast du ja das heißt ich muss jetzt mein oberteil anziehen naja siehst du mein zahnpasta lächeln nicht habe ich jetzt meinen oberteil an oder aus aus doch du hast wirklich aus oder denkst du auch selber nicht alle wer bist du junge nächste lebt noch jemand von euch irgendjemand bin ich der letzte alter vorbeigeschotten ich schwör auf alles ich schwör auf alles okay du bist bereit du schießt in die luft du schießt in die luft wenn es los geht ja stark stark sehr stark ein kerl und bei mir sieht richtig abgefuckt aus gerade ja auch deswegen muss man schnell weg jetzt egal sagen sonst kaufen ist ja wenn sie meinen jahr ich bin die kumbo dann mal so kommt es aber nicht mehr mit ins auto er hat sich ganz viel geld verdient alle 20.000 bekommen wollte auch auch euer blitz der tickets ablotsen oder ich hab dich schon bezahlt nein naja ok der sein kann familienfeier ihr müsst aber leider ein bisschen blasen da ist noch ein bisschen was drauf da ist ja noch staub ja 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 kommt tante du kannst das ich weiß das doch komm ich schon tante es gibt dein bestes kommen die noch hinterher zurück richtung süden wir fahren jetzt einmal rückwärts an da kommen jetzt noch ein tempo bekommen wir so jetzt weg willkommen her und feuer drauf wir fahren weiter wir fahren weiter schön eine masse bilden weiter ganz entspannt so jetzt das ist ja hier ist natürlich auch mit schießen ich sprengt die fahrzeuge wenn ein paar schüsse auf die inzwischen abgehen schade nicht wir gehen Richtung süden rum die sind nämlich hier oben über uns Richtung süden umdrehen die welke ihr müsst jetzt sprengen oh mein gott ich bin am strand nicht ins wasser nicht ins wasser nein 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 das kann ich ein bisschen ermutigen und wenn was ist natürlich nach weiß ich was ich da entwickelt habe für gefühle ich trau es mich glaube ich jetzt zu sagen ich glaube ich liebe dich also noch mehr gefakte geht auch nicht mehr nach warum gefakt ja bitteschön also das kannst du bei jeder dritten oder vierten versuchen aber bei mir brauchst du es nicht zu versuchen dankeschön darf ich dich küssen mit sicherheit nicht okay gut dann wünsche ich noch einen schönen abend ja ebenso mikrofon muted wies im wekro fahren fährst bruder ich sterb nicht in anderen Ah der ist hinter mir! Der ist hinter mir, oder? Jungs! Jetzt war ruhig, Leute! Ich glaube, die sind unsere Leute! Schau mal ab! Bei der Ballerei! Nein! Ey! Ne, ich glaub nicht! Ich bin so dumm! Ich bin so hängen geblieben, Digga! Scheiß das Natur! Ich bin so hängen geblieben, Alter! Ich bin so hängen geblieben, Digga! Habt ihr das gesehen? Nein! Wie konnte ich das verlieren, Alter? Nur weil ich Waffen-Switch machen wollte! Scheiß, wollen die so, kauf ich! Brauchen ja eh nur Westen! Ey, lass die Schuhe da ganz leicht hier! Wie viel kostet denn eigentlich hier, Knast? Äh, keine Ahnung. Wurden die eigentlich die Rechte verlesen? Ja, ja. Nein! Wurden wir nicht! Wurden die die Rechte verlesen? Ihr müsst mich wieder rauslassen! Danke dir, mein Lieber! Oh, jetzt ist mir was rausgerutscht! Ich hab dir die Akte vorgelesen, Digga! Nein, hast du nicht! Ja, hast du ihm gesagt, dass er welche Rechte hat? Nein! Hast du nicht! Hast du? Ja, natürlich, wo wir reingelaufen sind, hab ich doch gesagt! Nein! Wo denn? Ab 30 Jahren, meine Leute! Also... Nein! Daran glaube ich nicht! Du hast mir keinen... Äh! Ich stand wieder raus, Osman! Haha! Du bist der beste, Habib! Ich hab dich lieb! Lass mich sofort wieder raus! Du hast es mir nicht vorgelesen! Ich hab dich in der Hölle gebummt! Ich hab dich nicht gebummt! Du bist ein Kollege von mir! Aber der wurde gebummt! Bring mich sofort nach raus! Haha! Ja! Ja komm, los raus! Haha! Ich schirme mich so sehr! Ich kann das nicht angucken! Viel Spaß! Ich habe damit nichts zu tun! Ich wusste nicht, was mich erwartet! Elina! Ich bin nicht hier! Elina! Ich war nie hier gewesen! Ich bin nicht hier! Du bist von... Kannst du kommen? Klar! Aber ich... Hallo! Fuck! Ähm... Hallo? Ich hab gleich das Problem! Und wir so... Ähm... 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 Wie können wir helfen? Nix! Boah, geile Sau! Wer bist du? Warte mal, wer bist du? Fah weg, fah weg, fah weg! Ja, mein Hashtag FreeTasty! FreeTasty! FreeAdiFischer! Ist so! FreeTasty! FreeAdiFischer! Hahaha! Hahaha! Genau, Yuna! Einzelbitchat! Sofort! Subt alle rein! Hahaha! Grüß dich! Hahaha! 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 Mh... Mh... Baby, das mit dir und mir geht viel zu weit Fick auf diesen Hype, baby, fast live! Hey! Baby, schau mir in die Augen, so viel Fre-